Musik Willkommen zum Pony-Championat! Ja, ich bin mit Marblecake angemeldet. Ja, sie ist noch lange nicht austrainiert. Sie ist noch Level 7, aber ich bin dabei. Es wird aber noch ein bisschen dauern. Gut. Ja, wie wir sehen, ist hier schon wieder einiges los. Es sind sehr, sehr viele Leute dabei. Mal sehen, ob wir dieses Mal eine Chance haben. Ich denke mal nicht wirklich mit Level 7. Ja, mal schauen. Vielleicht komme ich ja wenigstens mal vernünftig bei diesem... Was sind das? Bulldozer? Auf jeden Fall bei diesen Baumaschinen vorbei. Das ist ja immer noch mein Knackpunkt an diesem Championat. Das schaffe ich einfach irgendwie nie. Zumindest nicht ohne hängenbleiben. Und von daher, mal schauen, wie es heute läuft. So, jetzt gibt es erstmal die Gruppenzusammenstellung. Oh, der sieht ja auch sehr schick aus. Was ist das? Ein Weltsprony. Level 15. Okay, der ist austrainiert. Definitiv große Chancen. So, Gruppe 2. Na ja, da mache ich mir jetzt mal nicht allzu große Hoffnung. Gruppe 2. Ja, mit Level 16er, Leute. Schnell. 14. Okay, 17. Sehr gut. Mal schauen, wie es läuft. Das wäre ja schon mal sehr gut, wenn ich einfach mal fehlerfrei durchkommen würde. Und alles andere kommt dann später noch. So. Schauen wir mal. Sechs Sekunden noch. Und wir starten ganz außen. Das ist natürlich auch sehr unpraktisch. Ja, wir rutschen gleich ab. Und wir sind einfach zu langsam, glaube ich. Oh, wie sieht ja vorne los, P's. Ist das normal? Ich meine, dass die schneller sind als ich. Das ist, glaube ich, ja. Gut, ich lerne gerne, aber so schnell. Das ist dann wirklich Wahnsinn. Huch. Ist einer gerade komplett verschwunden. Schon wieder? Das ist aber auch nicht so ganz so weit, dass die Leute hier komplett im Boden versinken. Hm. Ich will nicht schauen. Oh Gott, und hier komme ich nicht vernünftig rum. So, und jetzt kommt man ja an meine absolute Lieblingsstelle. Ne, ich komme immer hier so an. Das weiß ich. Ne, ich weiß nicht. Hätte ich wahrscheinlich anhalten müssen. Och, der schiebt mich bestimmt auch gleich weg. Ne, Glück gehabt. Oh, da ist jemand noch diskretifiziert worden, da vorne. Das ist ja blöd. Oh, das war auch ziemlich doof. Ja. Na gut. Kann ich nur hoffen, dass ich noch irgendwie ins Ziel komme. Oh je, das war ja richtig mies. Platz 9. Ja, nee. Das ist, war nix. Aber es ist natürlich auch, mein Pony ist extrem langsam. Also, mal abgesehen von diesen, ähm, ja, ab diesen Baumaschinen da, ähm, davor lief es ja eigentlich ganz gut. Aber einfach viel zu langsam. Na gut, dabei waren es Sarah Sunside, Funny Winterstone, Holly Firestone, Stellar Moon Park, Julie Beport, Delfine Ice Fire, dann ich, Gwendolyn Wolfwood, Sandy Flowerstone, Stephanie Westwatcher, Yala Swiftrock, Levorah Wolfborn, Veronika Wolfhunter, Aurora Skypolos und Nicole Lightning Ride. Herzlichen Glückwunsch zu den ersten drei Plätzen. Ja, vielleicht klappt es ja für mich auch irgendwann einmal, aber ich glaube, das Pony-Championat ist aktuell das, ähm, für mich am schwierigsten zu reitende Championat hier. Na gut. Wir sehen uns dann bei einer neuen Folge wieder. Bis dann. Tschüss.